Hallo ihr Lieben! Warum flößt sich hinter mir eine Robbe in der Sonne? Nun, ich bin hier in Hirzhals im Nordsee-Ozeanarium. Das Nordsee-Ozeanarium beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit dem Lebensraum Nordsee. Du kannst also hier in dieser Ausstellung insgesamt sieben verschiedene Lebensräume aus der Nordsee anschauen und dir Informationen darüber holen. Das beginnt bei Hafenanlagen und Molen, geht über zum Beispiel die Doggerbank bis hin zu den tieferen Stellen in der Nordsee. Du kannst dich also hier über die Flora und Fauna in der Nordsee informieren. Dazu gehören auch hier hinter mir die Robben. Das Nordsee-Ozeanarium hier in Hirzhals hat übrigens das größte Salzwasser-Aquarium in Nordeuropa. Und jetzt nehme ich euch mal mit auf einen Rundgang hier durch das Nordsee-Ozeanarium in Hirzhals. Also, viel Spaß! Das Nordsee-Ozeanarium in Nordeuropa Das Nordsee-Ozeanarium in Nordeuropa Im Jahr geht es in der Raspitalen, wie ein Fladfisch. Der liegt an der Bräevigen auf den Reissen. An der rösten Reine der Reine flotter ein auf den Hörgeren. Farben erspitalen auf der Langeren und auf der Steine. Raspitalen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020